so wir müssen jetzt darum noch mehr buffer los vorbei dann haben wir gesagt dahin so können wir denn hier heute hü rufen schönes geht so reiten wir da mal straight ich bin gar nicht da, hier sehe ich mich gar nicht was ist denn das für ein ding? lauf zu so scheiß grau ey was war denn das gerade für ein fettes Vieh und der war mal dezent groß so dann sind wir hier ah dann würde ich sagen reiten wir doch jetzt mal straight away da hoch oder? ah ehrenschwester machen wir gerade ok mische mal da lang dann reiten wir mal da lang schauen wir mal was uns da noch so alles gegeben da sind wir auf jeden fall schneller so stufe 17 spring auf den rücken des langen halses naja das probieren wir doch huuuuuhh ich muss zum kopf des langen halses hochklettern oh was haben die mir in unserem langen hals vor? echt jetzt? jetzt haut der sack ab kommst du wieder hierher? ich weiß genau wenn ich jetzt da irgendwie weiter rüber gehe dann kommt er wieder hier rüber also warten wir gleich hier mal hm am mann wie hätte die haben uns den langhaus kaputt gemacht im miss Was ist das? Die wollen anscheinend den Langhals fangen. Da ist doch schon wieder ein Verderber drin. Nice. Das ist doch schon wieder ein Verderber drin. Jesus. Shit. Shit. Oh, jetzt. Oh, super ey. Komm, macht weiter hier. Ja, ein Verderber wieder. Hallalalalalala. Sehr richtig. Niemand hier. Ja, ihr dürft aber schon noch hier hochkommen. Boah, ich bin gar nicht mehr safe. Jetzt. Nehmen wir mit. Nehmen wir Ochen mit. Nehmen wir 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 mit. schön da oben haben wir nur einen echt jetzt der merkt das nicht dass ich dem vor sein augen umballer dann noch ein verderber oder der ist ja nur über gewandert ok noch auf der suche nach mir äh wieso immer noch bis gerade eben hat da keiner gesucht ah toll es geht kein zurück mehr nein da hinten werde ich aber nicht treffen oder na wo ist er denn mehr kann ich nicht tragen betüften pläne überbrücke den landes äh wie bitte sieht der mich schenkt mir keine beachtung ups ja 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 Das lustige ist ja, dass die da drüben alle aufgeregt sind, aber keiner hier rüberkommt. Ah, oh! Ski, Alter. Das KI, ja, die ist irgendwie... Also die ist hier und da echt besser, ja. Und das AIM! Sie sollte sich erstmal beruhigen lassen, dann komme ich da nämlich rüber. Und dann klappt das auch besser. Solange... Prost! Könntet ihr jetzt mal ablassen? Ja, das ist genau so. Wie wollen die mich hier sehen? Immer erst mal Blümscher sammeln. Schon wieder Sandsturm? Echt jetzt? Naja, hat er gesagt, ne, mal kurz... ...den Langhals holen. Komme ich hier natürlich nicht hoch, oder? Als würde man die Haut mit Schleifpapier bearbeiten. Ah lalala, lauf mal wieder da hoch. Nein, hast du nicht. Ich weiß, dass du da bist. Ich kann's vor mich schließen. So, wie komme ich jetzt da hoch? Und hier wohl gar nicht. Ups. Jetzt wirft er nichts mehr. Oh, der bleibt doch stehen jetzt. Komm ich denn hier nicht irgendwie noch hoch? Oh! Oh! So viel zum Elite. Boah! Hey, willst du mich jetzt verarschen oder was? Oh! 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 Komm schon! Alter! Und hier noch. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. So, hier oben hatten wir noch blau. Oh! Okay. Hier hat der Pfeil. Nehmen wir die halt mit. Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Okay. Okay, machen wir. Warten wir halt eine halbe Stunde, bis der da wieder rum ist. Jetzt aber. Why not? Der könnte echt ein bisschen schneller machen. So. Waren die hier schon immer so lila? Ach, die waren immer gelb. So. Dann probier mal schon mal. Okay. Jetzt hoch auf sein Kopf. Huh? Okay. Oh. 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 Und da haben wir wieder in. Hab ja, gut gelandet. Wow. Ist ein bisschen mehr geworden. Okay. Wir sind jetzt da, dann können wir uns das da unten nur holen. Ja, aber beides machen wir auch nochmal. Aber das holen wir uns noch. Und da haben wir wieder einen Transmitter-Protokoll. Orbit 2T9 eingeleitet. Zyklus 803217. Routing-Anfrage gesendet. Keine Antwort G-Prime. Inaktive Agenten-Ping. 2126 inaktiv. So. Hier können wir. Und eine hiervon. Wo haben wir denn den Verderber niedergewechselt? Na da liegt er doch. Ein Verderberherz. Nice. So, dann wollen wir jetzt erstmal da rüber. Das hat doch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Aber, Ganghals ist unser. Ah, Fuchsknochen. Ich brauch doch Fuchshaut, glaub' ich. Ah, rennt der nächste? Naja, so weit läuft jetzt nicht nach. Und so.